Jo, mir von Delbrück, mir sind ein Eheart, mir sind kein Bure und kein Lückfusser Stadt, mir Handel hätt's hier. Lev Uehle, Lev Freunde der KGU, wenn der Jäck nicht so büt küt, dann küt die büt zum Jäck. Lev Uehle, Lev Uehle, Lev Uehle. Sachlang, wo ist die Büt zum Jäck? Beim einzigen Stabsoffizier der KGU, bei Markus Quoth. Stabsoffizier? Ja sicher, der Mann ist beim Uhu Tröte-Major. Boah, Tröte-Major, ist das mehr wie Vizeleutwebel? Tag zusammen, Lev Freunde der Bure. Der Tröte-Major begrüßt euch hier in diesem schön geschmückten Saal. Ne, Driss. Keine Saal, der Tröte-Major ist da, ich bin hier, ihr seid da und das ist Driss. Und was machen wir dann? Mö do ne Schnüßläppchen haben. So, ja ma, dies hier in de faste Laute. Und dat ist so jetzt von Driss. Man kann ja nit spüllen. Also die Tröte blieft dies ja stumm. Ewa? Ne. Die Tröte nis nit stumm. Das Ding geht fort. Und wir machen das jetzt so. Wir spüllen schon mal den Einmarsch für den Ilberrat. Da hingen sie nicht nass. Und jetzt geht der Ilberrat mit seinem Staatspräsident und der Tröte-Major von der KGU hochspüllen ganz stolz mit seinen beiden Chefträuten der Inmarsch. So, und das geht los. Ich höre schon wieder Präsidöres von Hingen ab Röw. Klatschmarsch, Einmarsch, frohes Fest. So, und das geht los. Und das geht los. So, und das geht los. Musik So, jetzt fängt die Sitzung an und dann wünschen wir viel vergnügen, viel Spaß und 3-Moll-Kölle, ALAV! Kölle, ALAV! Session 21, ALAV! Tschö zusammen! Musik